Die Verschandelung der Natur, das ist ein Schildbürgerstreich. Die Flatterenergie. Und insoweit. Absolut Blödsinn. Krebsgeschwüre. Wird gelogen und geborgen. Ich glaube, das ist einfach nur Scheiße. Rettet den Schwarzwald. Der Hochschwarzwald, eine der schönsten Postkartenansichten, die Deutschland zu bieten hat. Sie sollten herkommen und sie genießen, solange wie sie noch so idyllisch ist. Denn sie ist bedroht und Bürgerwiderstand regt sich. Es geht um Windkraftanlagen. Mehr als 30 Stück sollen auf die Berge hinter mir kommen. 230 Meter hoch. Und in einer der windärmsten Gegenden, die Deutschland zu bieten hat. Wir waren im Schwarzwald unterwegs und haben uns umgehört. Also ich glaube, man müsste sehr weit fahren, dass man so eine Landschaft findet wie bei uns. Und jetzt wird alles versaut durch die schwachsinnige Windkraft. Das ist einfach nur Scheiße. Schade eigentlich. Nirgendwo in Deutschland ist der Windertrag so gering wie hier. So mies, wie er sich darstellt. Nirgendwo in Deutschland kann so wenig damit erwirtschaftet werden. Nirgendwo muss der Steuerzahler so tief in die Tasche greifen, der Stromzahler so tief in die Tasche greifen, um das zu rechtfertigen, was hier passiert. Ja, bei dem einen da, da kommen wir mal her. Und wie finden Sie das? Ja. Wie finden Sie das? Besser wie Atom? Obwohl, da waren ja mal zwei. Und eins ist wieder weggemacht worden. Wegen zu wenig Wind. Ja, kurz nachdem, dass er gebaut war, vielleicht dreiviertel Jahr hat man es wieder weggenommen, weil die Windausbote überhaupt nicht verfügbar waren. Dass die Politik die sanften Hügel des Schwarzwaldes trotzdem mit hunderten Windkraftanlagen zupflastern will, das empört einen der bekanntesten deutschen Ingenieure, Martin Herrenknecht, Weltmarktführer im Tunnelbau. Seine Kritik? Wir verballern 30 Milliarden heute für Solar und Wind, ohne ein richtiges Konzept gebaut zu haben. Absolut Blödsinn. Und das Gesamtkonzept stimmt nicht. Und da brauchen wir ein Konzept, ein richtiges Konzept. Kabel vom Norden in den Süden nach Bayern, Baden-Württemberg und konsequent in die Schweiz, dass du den Strom, den du dort erzeugst, auch wirklich verwenden kannst. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, es wäre vernünftiger, die Windkraft vom Norden in den Süden zu transferieren, als den Schwarzwald mit Windrädern voll zu pflastern. Und dann das Konzept Energiewende noch. Das ist richtig, schätzig, aber vernünftig und nicht idiotisch. Und dann brauchen wir eine Agenda 2035, Energiewende. In der Agenda 2035 muss Bildung drin sein, Digitalisierung, Breitband, dass wir keine Fünktlöcher mehr haben. Das ist auch wichtig. Migrationspolitik und Infrastrukturpolitik. Und dort nachher richtig klotzen. Wenn du anschaust, die Natur, die ist ja mal ohne dieses Getöse und ohne diese scheiß Windrädchen, ist ja Erholungsgebiet im Perfekten. Wissen Sie, was mich in den Widerstand treibt? Das ist die Tatsache, dass in unserem Schwarzwald, in unserer wunderschönen Schwarzwaldlandschaft, dass die in einen Industriepark umgewandelt werden soll. Es sollen über 230 Meter hohe Windkraftanlagen aufgebaut werden und das alles vor unserer Haustüre. Wir leben ja hier in einer windschwachen Region. Die Windräder drehen sich auch, wenn so gut wie kein Wind geht. Und da haben wir jetzt herausgefunden, dass die Windräder wahrscheinlich aus PR-Gründen einfach angetrieben werden, um den Leuten vorzugaukeln, hallo, sie drehen sich und es wird Strom erzeugt. In Wirklichkeit brauchen die Strom. Das ist, also ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist eigentlich eine Unverfrochheit. Das ist Schildbürgerstreich. Wir sehen jetzt hier aktuell, dass da drüben, wo die Windräder stehen, eine Windgeschwindigkeit von 0,91 Meter pro Sekunde sind. Und die verbrauchen momentan 0,04 Megawatt. Das heißt also 40 Kilowatt Strom, nur damit die angetrieben werden. Wird den Leuten vorgegaukelt, die drehen sich langsam und es wird Strom erzeugt. In Wirklichkeit wird Strom verbraten. Also da gehört, über solche Tatsachen gehört die Bevölkerung aufgeklärt. Und dann muss man sagen, vergiss es einfach. Das heißt, die Bevölkerung muss sich einfach auf die Hinterbeine stellen, um diesen Blödsinn zu unterbinden. Wir möchten so eine BI machen dann. Für den Naturschutz rettet den Schwarzwald.